Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf dem Kanal! Hallo Sonny Gaming! Und heute werden wir wieder wieder in einem Video hier sehen können. Eine Runde in Notruf 1 und 2. Die Friday-Blesser-Emulation 2. Und ich würde sagen wir legen auch direkt los. Ich starte hier mal den Einsatz. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 1, Lippenstraße. Okay, wir haben anscheinend nur mit dem hier einen Einsatz. Dann nehmen wir doch auch den. So. Zack. So, benutzen. So, öffnen wir hier die Tür. Junge, kann der denn schon da drinnen sitzen? Ich check das... Ne. So. Okay. Let's go. Leitstelle Mülheim 1 TLS 4001, kommen. Ah! Tierleitstelle Mülheim, kommen. Anrufer meldet einen Kleinflächenbrand hinter einer Bushaltestelle. Droht sich auszubreiten. Kommen. Mann. Verstanden. Ende. So. So. So, fahren wir hier links rein. Hätte ich fast angefahren. Perfekt. So. Perfekt. 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 Wir sind gleich und sie stehen. So. So. jetzt wieder der gleiche Einsatz an. So. Einmal absitzen. Technische Hilfs... Hilfeleistung? Nee. Brandbekämpfung. Löschwasserabgang. Den machen wir da hin. So, Löschangriff. Nein. Löschmonitor, Löschwasserabgang. So. So. Machen wir erstmal das. So. Erstmal hier alles verstanden. Ende. Perfekt. So. Machen wir das hier mal alles auf. So. Kein Bock das jetzt hier die ganze Zeit zu benutzen. Äh, Angriffstor. So. Beteiler ist passiert. So. Hinlegen. Ausrollen. Hallo. Jetzt. So. Da rein. Jo. Ah ja, natürlich. Hier brennt einfach alles. Jo. So. Haben wir jetzt das aufgebaut. Perfekt. Brandbekämpfung. Löschangriff. Kohlstrahlrohr. So. Äh, Angriffstor. Öffnen. Öffnen. Benutzen. Oh. Wegen. Angriffst 담. Ja. Fiiratstitte Mühlein. New. Hallo. Ehm. Ne. Ja. Sanoffherar. Mengen. Kann das aufgebaut. zamanas in der Vieiraush agrees roll Adjustment. Google 67en weiter partnering mit Generationen hierherher. Appears mit Unternehmung. Verbinden. Uh. Kann ich jetzt schon? Ja. So. Und dann löschen. So. Zack. So. Okay. Ich hoffe, dass dafür nur einer reicht. Warte mal. Ich hole mal den LF noch. Junge, das ist doch viel zu viel. Woher noch den LF? Hallo. LF. Hier Maschinist. So. Brauchen wir ein bisschen mehr Leute hier, ne? Also, das mit dem löschen wird nicht so einfach. Hä. Wenn ich jetzt da bin, ist so alles gelöscht auf einmal. So. So. Einmal ein bisschen verstärken hier wird benötigt. So. 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 Wir haben es gleich geschafft. Dann sind wir auch mal da mit dem LF. So. 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 Absitzen So, es werden jetzt hier gleich sehr viele löschen in der Hoffnung, dass das hier mal alles funktioniert Wir machen da nämlich noch einen Wasserabgang Ihr seht jetzt auch einmal, was wir hier alles machen So Die gucken hier einfach mal zu Perfekt So, jetzt müssten sie auch gleich mal endlich loslegen So, der legt jetzt glaube ich auch mit los zum löschen Ja Perfekt Jumme Löschangriff unterstützen Auch hoch Ja So Der unterstützt jetzt hoffentlich auch Junge ist das viel Indie ist überhaupt gelöscht So Der schnitt ist glaube ich zu dritt Funktioniert aber allerdings nicht so wirklich So Löschangriff Poolstrahlrohr So 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 Wo auch Kollege So jetzt Anbekämpfung Unterstützen Unterstützen Holstrahlrohr So Jetzt machen die zu dritt Ja Perfekt So Er gesagt Er gesagt Ja 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 Ich habe auch keine Ahnung warum das hier so ein bisschen rumhängt Aber es ist mir auch egal Hauptsache es funktioniert ja alles So Können aber mal mit denen hier reden gehen Ihr habt aber ziemlich lange gebraucht um her zu kommen Ich dachte Der Feuer beeilt sich Ja Junge Ich bin auch schon längst hier am löschen Kollege Haben sie uns gerufen Natürlich habe ich angerufen Da Da war Ist aber auch noch eine kleine Rauchräume Jetzt ist es ja sogar ein richtiges Feuer Äh Ja Und was lösche ich nicht selbst Viel zu gefährlich Dafür werdet ihr ja schließlich bezahlt Nein Ja okay Also es ist ja eine Berufsfeuerwehr Ja okay Vereilt euch lieber nicht Dass hier noch die ganze Nachbarschaft abbrennt Junge Die sollen das abbrennen wenn das Feuer da ist Na egal So Gibt es hier noch irgendwo Kollegen Oh Na ja Gehen wir nicht ins Feuer laufen Nicht überhaupt Hier war Nee Oh Junge Kollege Wie soll ich denn mit dir reden wenn ich hier nicht durchkomme Ich hätte mal versuchen hier auf der anderen Seite hier durchzukommen Aber ich glaube das wird auch nichts Na komm Das ist Junge aber macht der da die ganze Zeit der Dev Der tut ja das so hoch Warum löscht der hier nicht mehr Hm Ah Okay Leute wir sehen uns gleich wenn das Feuer mal gelöscht ist So Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne liken, abo und kommentare Ähm Dieses Spiel backt mal wieder ein bisschen rum Weswegen ich hier schon wieder mal nix machen kann Ähm Trotzdem hoffen wir ich Ist das euch gefallen Ja Lasst ein Liken haben und kommentare Schaut euch mal auf meine Disco-Seite vorbei Ach Traumhaft Habt noch nicht der erste Ciao Ciao 나도 Its SeOTT Na Schraubhaft O meiner Off